Hallo, ich zeige Ihnen, wie Sie schnell eine Fremdsprache lernen können. Zum Beispiel Spanisch. Klicken Sie zuerst auf Ihre Muttersprache, Deutsch, oder klicken Sie auf die deutschsprachigen Länder. Dann klicken Sie auf die Sprache, die Sie lernen möchten, Spanisch. Sie sehen ein Inhaltsverzeichnis eines Buches mit 100 Lektionen. Klicken Sie auf eine dieser Lektionen. Rechts können Sie den Text sehen, wenn Sie darauf klicken. Wenn man nochmal klickt, dann wird er ausgeblendet. Hier können Sie den ganzen Text ein- und ausblenden. Um den Text zu hören, klicken Sie rechts. Oder wenn es langsamer gehen soll. Alle Soundfiles können Sie hier herunterladen, natürlich kostenlos. Sie können das Buch kaufen für 9,95 Euro oder eine App herunterladen. Bitte achten Sie auf 50 Languages. Hier kann man nach vorn blättern im Buch oder wieder zurück blättern. Und hier geht es wieder nach oben zum Inhaltsverzeichnis oder zum Sprachmenü oder zum Hauptmenü. Wir wünschen Ihnen viel Erfolg. Alles Gute.